Ich weiß auch nicht warum ich mir das immer wieder antue. Mal kurz gucken, die, die, ja egal, ja, von euch, das wollte ich noch dazu sagen, nicht vom Olli. Das ist natürlich die Frage, Spätznaz spiele ich am liebsten, ehrlich gesagt. Das stimmt ja wohl nicht. Ich bin in jedem Gang. Ich bin Batman. Oh, schade Dennis. Das hätte echt was werden können. Juhu. Damit würde ich sagen, ist das Ding durch. 1-0. Wer 1-0 führt, auf Highrise stets gewinnt. Es ist neu, es ist neu. Sehr neu. Sorry, Folky, das war gar nicht total schlecht. Ja, ich geh aber auf. Jetzt zählst. Bring die Mission zu Ende. Geh die Treppe raus. Gibt's doch nicht. Stirb doch. Durch die Treppe komme ich niemals durch. Kann doch nicht sein, ne? Muss doch auch nicht. Ja, guck mal, wie viele Schüsse ich da auf dich abfeuere, ja? Das ist halt echt unglaublich. Denn bei dem Wheelie wollte er gerade hochgehen. Die haben halt von unten geschossen. Aber jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr auf dem Heliport. Hetz dich jetzt mal. Doch, ich bleib natürlich auf dem Heliport. Und er ist beknackt. Oder genial. Ich bin genial und beknackt. Zugleich. Das ist ja genau das Gefährliche an dir, ja? Dennis von hinten. Dennis von hinten. Eine Ruhe, das dachte ich, das wäre ja gewesen, was da außen in der Tür ist. Ich schuldige. Mein gesteht da der Körper. Jawohl. Jawohl. Ja, mit der Sniper holt das hier die Dinger, ne? Ja, mit der Sniper. Ja? Ah, wo hockt der denn da? Boah, durch die Wand. Jol! Der ist natürlich... Aber der hat, also. Der war ganz schön geschossen, aber... Scheiße, da hinten sehe ich dich halt auch nicht. Na ja. Na klar siehst du mich. Der hat die Knallherz hier mit deiner, ähm... Shit. Beende die Mission. Du bist als einziger übrig. Der ist doch auf dem Dach, glaube ich. Der ist doch auf dem Sniper jetzt nicht angebracht, aber... Das ist doch nicht, der skippt, der ist doch nicht stirbt. Boah, nix wie weg. Der läuft ja mit dem Rücken an mir vorbei, ja. Oh, da habe ich daneben gesammelt. Das... das hätte ich nicht machen sollen. Boah, das habe ich gesehen. Das ging ganz schön in die Wand rein, ja. Aber, oh, da guckt er sogar noch weg. Aber im richtigen Moment schaut er dann. Da ist mal ein Schuss. Wo ging der hin? Na egal. Hätte der mich getroffen, ja. Ja, dann wäre es vorbei gewesen. Dann wäre es vorbei gewesen. Dann wäre es vorbei gewesen. Dann wäre es für dich vorbei gewesen, Christian. Ich habe aber irgendwie heute Ladehemmung mit der FAM. Hast du da irgendwie ein Update rausgekommen oder so? Ja, ne? Ich habe auch das Gefühl, dass die immer einfach mal auf... Ich habe das Ding blockiert. Ja, ne? Wenn du nur noch so einmal schießt, anstatt diese drei Schüsse, die du immer hast sonst. Ja, schießt jetzt eigentlich gar nicht mehr. Er ist oben auf dem Dach beim Heli. Ah, und ich bin tot. Wenn du das schon so sagst. Und ich glaube, er ging runter, als ich die letzte Einstellung von ihm gesehen habe, nach meinem Replay. Ach, du hast doch gar nichts gesehen. Endlich. So, Schmidi. Was machen wir denn jetzt, wir zwei? Nein, ich habe einen Hänger. Oh. Na ja, gut. Dann habe ich wohl gewonnen. Ich sehe ihn sogar. Was? Korbso hat ihre Xbox Live Party verlassen? Hä? Hä? Du bist doch noch drin, Chris, oder? Noch drin. Er hatte gerade angezeigt, dass du auch rausgegangen wärst. Ja, deshalb wird dir auch angezeigt. Komisch. Aber Schmidi, du bist wieder da, oder? Ja, ich bin bald da. Komisch, dass du aus dem Spiel rausfliegst. Ja, aber wie soll der nicht dann erschossen von hinten? Also, du warst kurz weg, kurz weg. Nein! Oh, man! Shit! Boah, die wurden dann wieder raus. Das war natürlich der Standard-Campterplatz, ne? Ja, umso mehr Standard ist es, umso ärgerlich ist es ja, dass ich dich da nicht abschieße. Ja, ich wusste sogar, dass du da sitzen würdest. Ich hatte keine Schale, ähm, weg. Wir haben die Bombe. Dass ich, äh... Beende die Mission, du bist als einziger übrig. Bist du schon wieder da, Dennis, oder? Ich bin da. Da? Äh... Oh, von wo? Von wo? Von wo? Ich... Aus irgendeinem Fenster, also irgendeine Base wahrscheinlich, mit der Sniper. Da hat er nur meine, meine Kopfhaube noch gesehen. Die Kopfhaube! Ich sah deinen Sculp! Ah, was kommt der denn da her? Die nächste Runde! Weil ich, 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 ich lauf den Heliport rauf, der denkt mir so, scheitereck, Dennis. So zwei Sekunden nach dem Abschluss. Ach, da, außer dann hat er zertrimmend. Ich muss mir mal merken, dass du grundsätzlich dahin gehst, wo schon einer gestorben ist, ja? Das war keine Absache! Weil das ist für mich ja eigentlich viel leichter. Das Ziel! Nein, das Bombenlegen, das war wirklich Absicht da, weil das ist natürlich raffiniert gemacht von mir gewesen. Ja! Mitte! Ja! Ich hab brutal erwischt! Ja, jetzt ist er bei mir! Aaaaah! Der... Kunstige... Blutrunster! Ja! 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 Das liegt auf mich! hab ich doch 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 ich glaube schon war nur so schnell dass es in dieser anzeige nicht mehr verarbeitet werden konnte ich hätte nicht gedacht dass du das fenster noch mal ran gehst dass ich mal raus da hin zu gehen und der eine hätte auch sterben dürfen alter ja das ist doch scheiße ja und wie ich da sitze ehrlich egal nein warum treffe ich denn nicht mehr ich treffe gar nichts mehr gott ist gar nicht so creme farben der hintergrund okay aber jetzt 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 bin ich die nacht ja aber auch bei tag bin ich wie die nacht ja den hat die nicht automatisch den musst du dir freischalten aber das gibt es auch für andere sachen das gibt es nicht nur für die sniper waffe kannst du auch auf die vermass draufhauen zum beispiel war ja die perfekte waffe aber hätte keine chance mehr ja das ist du hast dann halt auch einen anderen zoom faktor das darfst du nicht vergessen das ist natürlich auch so ein bisschen rollenspiel sozusagen kann ich da so ja also steigst im level genau quasi und dadurch hast du neue möglichkeiten deswegen müsst ihr halt echt mal online spielen ja nur ohne euch dann macht es ja keinen spaß dennis was machst du denn da oh man dreimal ging es gut beim vierten mal nicht mehr das war schon beim ersten mal backelig irgendwie also irgendwie ich weiß ich war ja dabei ich dachte mir auch uiuiui ich weiß nicht was doch ich weiß nicht was doch wir gehen diesmal ein riskantes Spiel machen wir diesmal ja aufm Messerschneide sozusagen du bist auf dich allein gestellt ist noch bei sich in der Base ja alter ach ich hätte ihn haben können heftig aber ich hab nicht gut genug gezielt zum Glück ich glaube er geht jetzt durch den Gang runter du bist dass ich alles wisst das hab ich ja gerade auf ihn geschossen oooh hahaha das ist noch versichener Base is nicht dein ernst dennis aua aua was soll denn das ich bin nur ein sniper ich kann noch nicht im nahkampf kämpfen aua Super, Volgi, du hast meinen subtilen Unterton verstanden, weil ich glaube, er geht durch seinen Tunnel. Ich habe mich echt gut zurückgedrängt. Er ist mir quasi mitten in die Granate reingehört. Er ist immer noch in seiner Base-Field-Off. Das war jetzt Quatsch. Das kann nicht wahr sein. Ah, warst du das, den ich da gesehen habe? Verdammt, du bist hochgekommen. Okay, alles klar. Das war natürlich echt doof. Scheiße, ich dachte, du gehst durch. Ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich diesen Kanister in die Luft springe, aber es dauert mit der Farben. Bla, 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 so weiter geht's. Auf. Ich habe heute übrigens den Anmachspruch des Tages gelesen. Ehrlich? Ja, der passt auch dazu. Zwar muss man dann zum Mädel sagen, deine Eltern müssen Terroristen sein. Auweia. Auweia, auweia. Ich bin mir gar nicht so schlecht. Ach du Scheiße. Hört's, Polki? Ich hab etwas gehört, ich habe zu das Gewissen. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Ne, das dauert ja viel zu lang. Puh, 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 Puh. Boah Leute, das ist echt total spannend. Oh, da hast du mich doch abgerutscht. Wo stand er denn? Sitzt du etwa auch noch in meiner Base oder was? Bleib einfach sitzen, Volki. Boah, hast du gesehen? Das hast du gesehen? Das kann doch nicht sein. Das möchte ich sehen. Ich hab eigentlich gesehen. Stehst du da drauf? Ach, da stimmt ja auch schon so. Er hat mir so viel Zeit gelassen, da konnte ich jetzt hier noch voll klettern und so. Mach ich normal eigentlich nicht, aber... Ja, ich wusste auch nicht, weil ich hab super gedeckt gehabt, den Bombenplatz und Dennis hat sich immer gedacht, wir wollen dich herausfordern. Das ist auch eine gute Taktik von Dennis gewesen. Ich unterstütze sie. Beende die Mission. Du bist als einziger übrig. Du bist als einziger übrig. Hinter uns, hinter uns. Stirb doch einfach. Was heißt denn hinter euch? Ich war vor euch. Was ist denn das? Ach, da sitzen sie beide. Kann nicht wahr sein. Sieben, sieben. Jetzt aber. Jetzt aber. Boah, jetzt geht's rund. Jetzt hab ich mich heiß geschossen quasi. Jetzt geht's richtig rund. Also, boah. 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 Scheiße. Das ist natürlich heftig, was hat Dennis hier gemacht. Ja, ich will verwirren. Du stiftest Verwirrung, das ist eine Gemeinheit. Hихinkern. Was ist noch ein weigh number? Diffest1 hit. Ich mache nicht nur dort den Löwen Devil. Schmeckern. Beweht Colette von besser club. Oh. Wo seid ihr? Hinter mir da. Genau da. Ah, shit. Hast du ein guter Flugzeug gesehen, ne? Eastern them, ja? Er hat das schon mal am Geländer vorbeilaufen. Na. Ich weiß nicht mehrigkeit implementiert. natürlich, klar. Da gehen sie in Führung. Natürlich nicht so cool. Gar nicht cool. Das ist korrekt. Alter. Ich sage es euch auf diese Weise, alle, die am Suchen sind, sie mit mir auf der Reise haben Rückenwind. Aber er ist in den Mittelgang, wenn er Rückenwind bringt. Das könnte sogar stimmen. Aber eigentlich auch nicht. Das ist verwirrend. Das ist auf jeden Fall in den Unfall gegangen, das habe ich fast gehört. Aua. Nicht diffusen, nicht diffusen. Da ist er tatsächlich in unserer Base. Aber hast du da geahnt, dass du dich da dran gehst? Ja. Das wird schon extrem früh von mir, oder? Ja. Das macht es halt für den Dennis ein bisschen schwerer. Ach, das stimmt. Der halt auch noch durch die Base läuft. Ich weiß nicht, dass er eh schon auf dich geschossen ist. So süß. Das ist aber ein cooler Runner. Okay. Sehr gut. Verdammt. Da war er hinter mir, die Sau. Wollt mich killen. So nicht. So nicht, mein Junge, ihr Padderwahn. Das ist besser, Dennis. Nein, das ist how we do it. Nein, Dennis. Nicht jetzt im entscheidenden Spielmoment. Das ist natürlich interessant. Wir gucken ihn nicht um, wenn du ihn siehst. Nein, 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 nein. Ach, er fliegt ja hier raus. Nur als zweites. Er kann ja auch nicht weit gekommen sein, denke ich mal. Nee. Er hat jetzt nur das Fenster raus geschafft, aber das war es dann nicht um mich. Da ist er dann eingeboren. Boah, ich habe hier so eine scheiß Fliege. Das ist aber ein Zock auf einer Liege. Ich zocke auf einer Liege, ist korrekt. Kannst du so entspannt und liegen? Also ich sitze immer auf dem Stuhl. Ich folge mich derbe vor. Ja, das mache ich auch. Ah, da ist er doch. Da räumt mich das Licht am Pürbel. Sag ich auch mal, was hast du gesagt? Ich sage es. Die Bumbe wurde platziert. Sie ist am Bruch. Irgendwie so abgehackt. Ja. Bumbe zu haben, aber. Hört ihr mich jetzt? Ja. Alter! Das ist nicht dein Ernst. Da hast du nicht geschossen. Ich hab dich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, 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 ja! Boah! Die Granate ist eigentlich denkbar ungünstig, um Leute vom Diffusion abzuhalten. Ich schau jetzt momentan die ganze Zeit auf die Dächer und du bist so gut getan, ich seh' dich vor dieser Wand nicht, ja? Ich hab da hingeschaut, ich hab's nicht gesehen, obwohl ich mich vorbeuge beim Spiel. Ich hab einen Bruchteil von der Sekunde und du hättest entschärft. Ja, ich weiß, das war echt genau. Das war so. Wenn ich dann so, ah, Blendenkanade, gut. Dann denkt er, ich bin doch da und ich bin aber gar nicht da und ich bin eigentlich schon da. Ja, korrekt. Dennis? Du bist der Letzte. Schmied, du bist wieder am Start, oder was? Schau mich nicht so an. Schau mich nicht so an, Dennis. Nein! Ich bin tot. Das kann nicht wahr sein. Okay, dafür machen wir's immer. Ah, nee, was ein Mist, ey. Das kann ich gar nicht glauben, ehrlich. Wir sind überdient, ja. Ja, genau, vor allem. Ich glaub wirklich, dass Pro Köbel so ein paar Probleme hat. Ein Bruchköbel an sich haben Probleme und die Stadt natürlich auch. Jetzt geht's. Wir alle zählen auf dich. Scheiße, da stirbt er nicht. Da muss man einfach nur laufen, weil er kann mit seinem Schuss ja nur einen Schuss machen dann da. Einen lächerlichen. Einen lächerlichen. Dabei wird wieder den Tunnel packen. Der ist immer noch in seiner Place. Der zielt schon wieder auf mich, das gibt's doch nicht. Der zielt mir dauernd auf mich, ja. Der weiß aber auch genau, wo ich langkomme. Leute, Leute. Ich weiß nicht, da drin, aber er sitzt da drin. Ihr wollt mich doch wohl nicht ärgern, oder? Nein! Ach, Schmied, na ist doch schade. Ist doch übel. Er hat einfach der Weg aufgehört. Dann bist du nicht wieder selber gestorben, oder? Doch, ich bin runtergefallen. Aber diesmal war da ein Loch. Das gibt es doch nicht. Stirb doch einfach. Na, wo bist du denn? Ich bin überall in der Bombe eigentlich. Ich bin überall in der Bombe eigentlich. Die Bombe ist mir runtergefallen. Oh nein. Das glaub ich nicht. Nee, fällt die dann irgendwo schon noch so hin, wo man... Nee. Aber ich glaub nicht, dass wenn es die hatte. Oh, ein Füchs. Ja. Hm-hm. Hm-hm-hm. Hm-hm-hm. Hm-hm-hm-hm. Willst du wieder zu deiner A-Treppe, oder was? Ok, dann gehen wir halt da hin. Da war ich schon längst. Da ist schon Geschichte wieder. ich glaube das ist relativ aktuelles aber gut dass du nichts gesagt dass ihr habt jetzt wirklich die bombe nicht oder was naja ich glaube schon dass ihr die bombe habt ihr wollt mich nur noch verarschen aber ich komme hier nicht raus ich setze mich nicht im spiel gibt keine wachs im spiel wie lange braucht man denn um die bombe zu platzieren eigentlich das sind meine eier die verraten mir das da haben wir noch zeit drehe ich mich noch ein bisschen okay wo ist der dennis runtergefallen hier hinterher springen ne 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 weiterhessen lauf mal da hinten in die ecke ne ich hab glaube ich keine lust sogar noch das gibt es doch mal ja oh wei ja direkt an der an der festmauer vom ollie lang geschlichen aber wird runtergefallen also das peinliche war halt echt vorbei und die bombe haben wir ja beide nicht gehabt ich laufe da hin und denkst du hä, die sind an unserer base da muss mir dennis da runtergefallen und genau hier wo wir jetzt starten liegt sie und ich denkst du nein keiner hat sie von uns mitgenommen aber im endeffekt im endeffekt war es jetzt auch sogar gut weil ich meine die bombe wäre für immer vernichtet gewesen wir wurden gedippt und penetriert ey das war nicht gut ja gut das dippen und penetrieren habt ihr euch selbst zugezuschreiben ich habe schon alle abschüsse daten kann aber ja aber also erst starten kann wenn es also wir müssen einen Punkt Vorsprung haben damit er die ruhig machen kann und wir halt immer einmal verlieren aber trotzdem noch eine Chance haben natürlich wenn er die jetzt macht und 11-10 führt dann sind wir auch weg oder? auch dann steht es 11-10 aber das ist ein Erfolg bei B bei seinem Plätzchen wir alle zählen auf dich Alter da triffst du noch das weiß ich aber auch nicht wie ich das geschafft habe ach das ist die behinderte Famas mehr ist es nicht guck mal da durch den durch den durch den Schuss in meinen Kopf habe ich dich noch erwischt Alter da ist ja nicht zu fassen alles gut ich habe nichts gesehen aber du hast ihn tot gemacht ja also ich habe auch nichts gesehen also ich hätte den Kopfschuss in derben ja und habe ihn trotzdem noch erwischt wir haben die Bombe unfassbar ehrlich also ich befürchte er wird jetzt langsam seine Abschussserien starten also er muss das eigentlich tun weil wir haben jetzt Matchpoint du bist auf dich allein gestellt vorbei sogar umgenutzt kein Druck aufbauen jetzt jetzt sind sie in der Base aua aua der schießt die ganze Wand und es funktioniert nicht ja vorhin hat es aber sehr gut funktioniert ja das stimmt bei ungefähr war ein Glücksdruck auch ich habe mal Glück ich nehme euch mit ein Stück in meinem Windschatten ich packe meine Sachen bin draußen mein Kind Olli G ist auf der Reise und hat Rückenwind ich bin draußen mein Kind das habe ich nie verstanden das ist jetzt natürlich ich glaube wenn er sich aus seiner Base verzogen oder Angst hat vor das hat doch vorhin so gut funktioniert dass ich in der Base sitzen geblieben bin das mache ich natürlich jetzt auch das muss nicht immer alles wohnlich sein ich bin zufrieden ich bin äußerst zufrieden unsere Base scheiße naja keine Chance keine Schnitte ey da sieht er mich unfassbar krasser Shit ja auf jeden Fall ja auf jeden Fall das überragende war ich bin erstmal zu Ollys Base gegangen da saß der Dennis drin das habe ich sogar noch verraten das habe ich aber erst später gemerkt als ich das verraten habe ja was soll ich denn machen da war ich ja schon in eurer Base sonst hätte ich den Dennis ja gekillt aber ach so ach du hast das gehört ok ich habe natürlich das gehört du sprichst es ja laut aus höre ich es auch aber ich war ja schon längst in eurer Base in dem Moment dachte ich natürlich auch scheiße ja machst du nix machst du nix das nächste Runde spielt Christian alleine